Guck mal, da hast du dich bloß. Guck mal, da oben. Ja, da oben, ja. Guck mal, da hast du dich bloß. Mhm. Guck mal. So. Ja, ich schnapp die Linie, oder? Mach auch die nächste. Ja, ja. 1,2, oder? Ich bin so ein Stecker wie bei uns, ja. Links abbiegen auf den Campingplatz. Sie sind am Ziel, Campingplatz 1. Hallöchen. Ja, super. Ja, super. Du bist die Fee, die auch noch. Ja, so. Okay. 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 Ja, so. Ja, aber das ist, das haben wir noch mauerweise. Okay. Und ja, ist nicht so schlimm, war einfach in einer ganz kleinen Stadt, hier hinter uns in dieser große Wagenstätte geht die Fußgängerzone los. Die Schillerstraße, die verbindet den Marktplatz mit Also da noch nicht dort gewesen ist, ist ein Schnau-Peter-Fußweg einfach mal da rumschlendern. Musik 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 aber wir können wirklich nachzunehmen. Oh, ich sehe ihn hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.